...de Heuerhaus. Besamt 14.3, Gets, Rides, Brasen, ... 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 Ja, da wird sich noch einiges verschieben in der Rangierung der Marathon-Prübung nun, in den letzten drei, vier Gespannen, die unterwegs sind. Also, das kommt am Sechster wäre das nur, jetzt Heibachs Künfter wäre das nur auf jeden Fall, das ist nur heute. Der war so schnell, ich hatte noch Zeit.